Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Linux Tutorial. Dieses Mal wieder was sehr sehr nützliches, nicht so hübsch anzusehen ist wie ASCII Art oder sowas, sondern wir wollen verschlüsseln und zwar mit GNU PG und dem GNU Privacy Assistant. Ja, was wir dazu brauchen ist logischerweise erstmal die Installation davon, das heißt wir werden hier ein Sudo AppGet durchführen, Sudo AppGet Install und zwar GPA für GNU Privacy Assistant, was es genau ist werden wir noch sehen und GNU PG 2. So, einfach mal installieren und ja, kurz warten bis alles fertig ist. Ihr seht, ich habe das auch noch nicht installiert hier auf dem System, weil ich es noch nicht gebraucht habe, deswegen habe ich das einfach mal schon hier so gelassen. So sieht es gleich authentisch aus, ihr seht es geht relativ schnell. So, was wir jetzt benutzen ist das Generieren, also wir wollen ein paar Schlüsselpaare generieren. Wer bei mir Kryptografie gesehen hat, der weiß, dass wir dazu zwei Schlüssel bekommen, ein Schlüsselpaar besteht aus zwei Schlüsseln und das liegt daran, dass alle Leute, denen wir unseren Public Key, also der öffentliche Schlüssel mitteilen, die können Nachrichten für uns verschlüsseln und keine Sau kann die mehr entschlüsseln außer uns. Das ist asymmetrische Verschlüsselung. Wir verschicken einfach den öffentlichen Schlüssel an alle Leute und die verschlüsseln dann an uns die Nachrichten und keiner kann sie entschlüsseln außer uns. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, ich habe eine komplette 100 Video oder sowas, Playliste zu Kryptografie. Wenn euch das nicht reicht, dann dürft ihr mir sogar noch eine Nachricht schreiben. Okay, wie funktioniert das Ganze jetzt, ist gar nicht so schwer. Wir schreiben einfach GPG-Gen, äh zwei Minusse brauchen wir, Minus, Minus, Gen, Minus, Key. So, gar nicht kompliziert, jetzt müssen wir nur sagen, was wir genau benutzen wollen. Okay, RSA ist RSA, DSA ist der Digital Signature Algorithm. Ja, DSA benutzt man zum Signaturen erstellen, also das man unterschreiben kann. Man kann quasi sagen, dieses Ding stammt wirklich von mir und alle anderen können verifizieren, dass es tatsächlich von uns ist. Das wollen wir jetzt aktuell mal nicht machen. Wir wollen, A und L Gamal wäre auch zum Verschlüsseln, so wie ich es gerade auch erklärt hatte vorher. Wir wollen jetzt aber tatsächlich einfach nur RSA benutzen. RSA kann man für beides benutzen, allerdings muss man aufpassen, wie rum man was benutzt. Aber das macht alles genug PG für uns. Das heißt, wir wollen einfach mal RSA benutzen, also eine 1. Und jetzt wollen wir sagen, wie groß soll denn dieser Schlüssel sein? Mittlerweile würde ich euch stark von 1024 Bit abraten, weil die mittlerweile einfach gebrootforst werden können, wenn man einigermaßen Rechenleistung hat in ein, zwei Jahren oder sowas, glaube ich, wäre das auf jeden Fall möglich. 4096 Bit ist, glaube ich, haben sie gesagt, ist noch secure bis 2030 oder sowas. Danach wird es 8192 Bit geben und so weiter und so fort. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal hier das Stärkste, was wir uns so vorstellen können, also 4096, damit wir auch möglichst sicher sind. So, jetzt wie lange soll dieser Schlüssel gültig sein? Das heißt, wann läuft unser Schlüssel ab? Wir haben hier die Möglichkeit, Schlüssel verfällt nie. Dann verfällt nach n Tagen, verfällt nach n Wochen, n Monaten und n Jahren. Unser Schlüssel soll jetzt einfach mal unendlich gültig sein. Das heißt, wir tragen hier eine 0 ein und machen einfach weiter hier. So, ist dies richtig? Ja oder nein? Naja, gut, es sollte wohl richtig sein. Das heißt, alles gut. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen, ja, es will halt ein paar Daten von uns wissen, damit die Leute auch wissen, für wen sie da gerade eine Nachricht verschlüsseln. Heinrich Heine und Heinrich at Düsseldorf.de. Nein, das sind wir nicht. Ich bin offensichtlich The Morpheus. Ihr könnt mich auch anders nennen, aber das muss jetzt hier gerade nicht sein. Also einfach The Morpheus angeben. Dann E-Mail-Adresse. So, jetzt E-Mail-Adresse. Welche trage ich denn da ein? Sagen wir einfach mal, my name is at nobody.de. Okay. My name is at nobody.de. So, das sieht nach einer E-Mail-Adresse aus. Kommentar brauchen wir eigentlich keins. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeiten nochmal alles zu ändern, indem wir N eingeben, K eingeben, E eingeben, um jeweils das passende dazu zu ändern. Oder wir sind fertig mit F. So, jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Mein Passwort wird jetzt hier einfach ABC sein. Das solltet ihr theoretisch nicht tun, aber da das Ganze eh nur zum Demonstrieren ist, ich habe natürlich ein anderes Schlüsselpaar für mich vorgesehen und nicht tatsächlich für den echten Gebrauch, ist das nicht so schlimm. Okay, wir machen jetzt hier einfach mal Entsperren. Ach, es möchte die Key-Phrase. Okay. Nein, es möchte einfach die Key-Phrase oder die Passphrase nochmal haben, um das Passwort auch zu speichern. So, jetzt kommt der witzige Teil von dem ganzen Ding. Okay, was jetzt passiert ist, ihr müsst Zufallswerte erzeugen. Das heißt, ihr solltet die Maus irgendwie zufällig bewegen. Das wird in den Zufall reingerechnet. Ihr solltet irgendwelche witzigen Buchstaben hier eintippen. Irgendwas Zufälliges, also das heißt möglichst, ja, möglichst zufällig, irgendwas eintippen, damit ihr Zufall erzeugt. Ihr seht, jetzt werden hier noch 125 Byte Zufall benötigt. Was ihr dringend eigentlich machen solltet, ist auch noch gleichzeitig ein, keine Ahnung, irgendwie ein YouTube-Video oder sowas laufen lassen. Irgendwas runterladen generell ist auch super. Das wird alles in euren Zufall mit reinberechnet. Im Prinzip alles, was es so finden kann. Mein Mikrofon ist natürlich jetzt auch gerade super, weil das einfach eine perfekte Entropiequelle ist. Das heißt, wenn ihr ein Mikro habt, einfach mal irgendwelche random Sachen da abspielen. Wenn ihr Audio irgendwie habt, dann lasst Audio laufen, Musik runterladen, ist super, wie gesagt, einfach alles machen. Okay, ich mache jetzt hier einfach noch irgendwelche zufälligen Zeichen und ich bewege noch ein bisschen die Maus nebenher. Aber, ja, in meinem Fall muss das, wie gesagt, nicht so akkurat sein. Ich kann auch hier einfach mal ein paar Mal A laufen lassen. Okay, ähm, solche mehrfachen A's sind natürlich keine Entropie. Das heißt, ihr solltet hier möglichst wirklich zufällig und willkürlich drauf rumhämmern. Ähm, ja, aber wie es scheint, sind wir schon relativ gut dabei. Mein Mikro macht hier wirklich Wunder. Normalerweise geht das viel, viel länger. Gut, so, ich habe euch jetzt mal pausiert, damit es, es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich habe hier nochmal natürlich das zweite Paar gebraucht, beziehungsweise mein Unterschriftenpaar gebraucht. Das ist aber nicht so wichtig. Ähm, ja gut, so sieht es dann aus, wenn ihr fertig seid. Das ist die Entropie, die ihr hier eingegeben habt. Müsst ihr natürlich dann am Ende wieder rauslöschen oder sowas. Okay, und jetzt sind wir fertig. Das ist eigentlich unser Schlüssel, der generiert wurde. Der ist jetzt uneingeschränkt vertrauenswürdig gekennzeichnet, was auch immer das bedeuten mag. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Schlüsselpaar. So, jetzt wollen wir natürlich damit umgehen. Und das machen wir, meine Lieben, in der grafischen Oberfläche, damit wir hier uns nicht mehr mit der Kommandozeile rumärgern müssen, weil das Ganze auch ein bisschen anstrengender ist, als einfach so ein wunderbares grafisches Fenster. Das werden wir dann im nächsten Video machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!